Die Häuser sind die Dringwohnen. Hallo an alle. Ich bin Alex von Corazol Berlin. Corazol ist eine Gruppe, die da strukturelle politische Arbeit und gegenseitige Unterstützung gegen Rassismus und Weißdominien in der Gesellschaft ankämpft. Im Namen von Corazol möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier sind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir durchleben alles eine sehr schwierige Zeit. Eine Zeit, in der wir uns nicht nur um unsere Gesundheit und unsere Familien und Frauen kümmern müssen, sondern auch eine Zeit, wo wir uns noch weniger frei bewegen können und nicht nur Politik so organisieren können, wie wir es sollen und wollen. Zuletzt haben wir die Nachricht bekommen, dass das Haus, in dem wir unsere Plenum machen, bedroht wird. Für uns ist es ein großer Schock, eine sehr traurige Nachricht zu Beginn des Jahres. Wir haben uns im letzten Jahr viel mit dem Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, der Aufverkauf und die Privatisierung der Stadt und die Verdrängung marginalisierten Gruppen beschäftigt. Und heute ist wieder an unser Haus gefahren, wie so viele andere in der Vergangenheit und aktuell noch. Für uns ist dieses Haus nicht nur ein Ort, wo wir unsere Plenum machen. Dieses Haus hat viel mehr Bedeutung für uns. Es ist der Ort, wo wir sehr viele Bekanntschaften und Freundinenschaften gemacht haben und immer noch machen. Wir gründen dort Familien. Es ist ein Ort, der uns eine Austausch über erlebte rassistische Entfahrungen ermöglichen und wo wir gegenseitige Unterstützung erleben. Es ist ein Ort, wo wir uns politisch organisieren. Es ist ein Ort, wo wir uns wohlfühlen und kein Angst haben. Wir kommen dort bei Unterschüttungen von anderen Gruppen und von Menschen, die da wohnen. Lass uns für dieses Haus und für diese Stadt gemeinsam solidarisch kämpfen. Danke für alles. Danke. Danke.